Und ein paar meiner Dino-Eier. Hat Birdo überhaupt ne Zunge? Äh, oh Gott, wenn die da aus dem Rüssel rauskommen, das ist so Albtraummaterial. Oh Gott, oh Gott. Oh, das gibt so richtig creepy Bilder von Birdo. Oh Gott, ich will die gar nicht mehr hören. Oh Gott, ja. Ich hab die gesehen. Ich nicht, ein Glück, oder? Das will ich aus dem Platz sehen. Ich hab sie auch noch nicht gesehen, ein Glück. Gib mir den Wowwürfel. Ich bin ein bisschen alt der mehr. Ach ja, jetzt kommt die Blumenlotterie auch. Oh, was sagt das? Jetzt zockt der mir einfach 10 Münzen ab, der Stricher. Endes nicht mit dem Smashy. Was sagt das? Welchen nehme ich? Du willst den nehmen, der dich rüberträgt. Ich nehme den da. Perfekt. Der ist es. Zeig doch! Zeig doch! Zeig doch! Na egal, ich hab immer noch nen Bob-Würfel! Na wenn du jetzt nicht schon bei Bosa bist? Stopp, stopp, stopp! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das war aber sehr knapp! Ohohoho! Du brauchst das Oben mit denen noch ein bisschen an in die Schnuppern! Wow! Das ist doch ein Mirakel-Feld, hm? Ja, das hab ich dir auch grad angeschaut! Yeah, du kriegst Münzen! Wup, wup! 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 Glücksfeld! Da krieg ich n Münzen! Komm, ja, okay, Münzen auch, ja, gut, ein Doppelwürfel, ist auch okay! Komm, ich finde es ist von hier weg! Ist auch okay, ja! Ey, wenn du gleich die Kaschenwürfels nennst, mach ich aber das Spiel aus! Was willst du überhaupt von mir? Wir haben noch zwei Päste zu spielen! Oh je! Neiiiine! Doch! Du musst doch alles in mein Schloss investieren! Ich nehm mal hier den... Den Lackhav! Ne, der sah immer so gut aus, obwohl der grün ist! Ist doch wie so ne Pistazie irgendwie! Magst du Pistazien? Geht eigentlich! Wow! Ey, jetzt ist es eigentlich riskant den Warpwürfel zu benutzen! Wenn ich jetzt Pech habe, krieg ich Yuki! Dann haben wir einfach nur die Plätze getauscht! Ja, aber dann bist du doch... Aber dann bist du doch einen drüber! Dann hast du doch Hose gespielt! Obwohl, obwohl, das wär ne Schlimme nicht doch hier wegkriegen würde! Oh, stopp! 20 Münzen? Oh! Natürlich! Ein Schnapper! Wow! Warum ist Varys Hose eigentlich aus so nem komischen Stoffmaterial? Ich denk mal wie so ne Hose! So ein Laken irgendwie! Ich freu nicht damit, wenn er kleckert, wenn er nächstes es drauf bleibt, damit er das absauen kann! Hm! Jaaa! Ich hab diese Frage schonmal gestellt, als ich mit Keanu und so weiter diese Map gespielt habe! Sind diese Figuren aus Zucker oder sind die aus Plastik? Die sehen sehr nach Plastik aus! Wegen Donkey Kongs Hintern oder wie? Nein, weil seine Arme so komisch angeklebt aussehen! Also damals fand ich so an die L aus wie so Zuckerzeug, was man essen kann! Nee, das sind so Plastikdinger, so ne Aufsteckdinger für nen Kuchen! Jaaa! Die sehen ziemlich nach Plastik aus! Sie haben ja oben auch so ne Plastikkante! Plastik! Plastik! Aber du kannst doch gerne auf Plastik rumknacken! Das geht auch! Wie ist Arena? Zwei Gold Dublonen! Oh Gott, nein! Oh Gott, das nein! Oh ne, das find ich blöd! Die treffen nie! Ich auch nicht! Ja, irgendwie springt man immer an dem Pilz vorbei, wenn der runterkommt! Jaaa! Jaaa! Pils! Wie gibt's keine Pilze? Jaaa! Woah! Ich bin Dickman! Nein! 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 Oh mein Gott, Yuki! Ja? Okay, mach ihn fertig! Ja, mach ihn fertig! Ja, mach ihn fertig! Jaaa! Alter, ich bin so Dickman! Oh mein Gott! Jaaa! Oh mein Gott! Lecker Plastik, Jana! Hm... Ey, sie hat auch so ganz komische Plastikhaare, irgendwie! Jaaa! Guck, sie bestätigt! Sie hat Yes gesagt! Jaaa! Könnt ihr mal meine Haare aus dem Spiel lassen? Ey, du bist im Spiel drin! Aber wieso sollten wir die rauslassen? Dann teleportier ich mich aus dem Spiel halt weg! Oh, was ist? oh hallo damit mich heute so hassen nicht mehr hat mir wieder mein ganzes geld ab der penner er braucht das für seinen casino und mario party 4 so hat er sich also finanziert die so wird alles so deckt sich wieder alles auf das darf doch nicht wahr sein so recht gibt es hier nur andere bowser blumsamen hier oder was der frisch doch hier wir haben eine fleischrisse pflanze fleischrisse pflanze und danach gibt es nichts mehr okay ich warne dich nur hast du ja noch mal glück gehabt da hast du recht darf ich glück oh ne 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 da ist kein stern drin deswegen also ok ich verstehe da ist kein stern drin es muss ja irgendeinen sinn haben dass sie keinen pasch würfelt ich merke schon das werden drei sehr lange parties es reicht immerhin für den stern so gesehen das ist so ein kackspiel warum hat man das eingebaut ich möchte den apfel ich krieg apfel und melone das ist gut ja ja ok nimm doch zwei nimm zwei vitamine und bienenstiche darf ich zwei haben wow ich krieg nicht mal mehr die trauben ok dann geh ich mit meinen freunden deine bienen ah ich bin steubet ich bin ein bien ich bin ich bin ich bin steubet ey immerhin sind die auch gelb immerhin muss ich dieses blöde spiel so nicht mehr weiterspielen das ist ein schlechtes spiel aber die äpfel sehen lecker aus ich flieg raus ja ich würde sagen nobera das wars gibts dir kann ich hier so stehen bleiben und einfach warten bis die vernichten kommen ich mein solange könnt ihr mir ja ins loch gucken boah robera oh nein ich gegen luna in dem spiel wo sie mich sowieso jetzt schon hasst das könnte jetzt sehr interessant werden was ein spannendes spiel ja nur mal eins ganz schön spannend na wie geht es euch so schönes wetter oder der kuchen bienstich ist doch lecker der ist ultra lecker luna lacht sich jetzt ins fäustchen jetzt wieder freunde okay das ist ein versöhnungs pflaster stimmt das stimmt doch irgendwas nicht stimmt die luna muss ja noch zu bowser deswegen mag sie mich immer noch nicht da war ja was da war ja noch irgendwas du musst 20 bezahlen ich habe aber kein pech würfel bekommen stimmt damit kannst du irgendwas anfangen luna yuki konnte mit dem scheiß kuchen nichts anfangen ich dachte mal ich komm zu dir luna ich habe eine frage an dich wie sehr würdest du mich hassen wenn ich jetzt den wort würfel nutzen würde und du dann ausgewählt wirst ich weiß gar nicht wo du gerade stehst ey ich stehe kurz vor bowser ich hasse dieses spiel ich werde dich treffen ich werde dich treffen oh mein gott ich gehe immer zu zweit nein aber freut mich werf ich bin so schlecht in dem spiel ich hatte von knackwürste gegessen das war lecker würstchen mhm wer gewinnt ist noch nicht klar ach so dann gucken wir doch mal wer der pechvogel sein wird lass mich erst doch den würfel holen die will auch so ein ding haben hab ich so gewusst da habe ich noch ein blümchen pflanzen auch das ist ja nett äh äh lass mal du dann hoff ich ey bowser kannst du mich bitte nur sieben abknöpfen ich brauche noch den es gilt um den anderen anzuhauen ach smashy hat schon wieder blumen in den kuchen gesteckt er hat ja später eine blümchentorte geklaut heute kommen aber viele vorbei hier ey ein kuchen für das geburtstagskind oh wie cool mein meisterwerk 20 münzen also das geburtstagskind muss einfach mal für seinen eigenen kuchen bezahlen ja schon troche irgendwo ja komm an die nur weil du einen scheiß Tag hast musst du uns hier nicht noch mit reinziehen aber wie viel Pech muss man haben dass man im selben Zug zweimal auf Bowser trifft du bist so glücklich du musst hier halt mitleiden nein ich will nicht mitleiden hier oh Gott oh Gott rastet völlig aus wunderschön jetzt hängen wir hier alle auf das ist nur von der Schuld wir wollen noch ein bisschen abhängen zusammen habe ich gehört wir haben alle einen Stern und kein Geld so ein Mirakel Bowser und seine Truppen die machen einfach hier ihre ganzen krummen Geschäfte hier heute ist unser Angebot du hast keine Münzen oder du bist scheiße oh Glücksfeld oh wieso ja da können wir dich fragen Nobara ich könnte mir selber den Würfel geben so sind du oh du willst jetzt alles auf eine Karte setzen oder was darf doch nicht wahr sein Mann das Geschäft brummt heute aber ich möchte in den Club kommen und auch null Münzen haben oh zu bütig wir kriegen alle die gleiche Anzahl Münzen ich glaube schon kann ja nur Scheiße werden oh mein Meister Alter alle können wow und alle sind ja Alter recht aufgezahlt alle sind gerade erster so können wir das beenden ja ey was ist das für eine Party es ist 23 Uhr Party es ist einfach Bowser Screentime wer weiß vielleicht nenne ich den entsprechenden Part auch so Bowser Screentime vielleicht hat der Bowser Geburtstag wer weiß das schon ja was hat Bowser Geburtstag ist es irgendwo offiziell Aua warte ich google mal nach Alter no no weg hier wann hat Bowser Geburtstag oh mein Gott oh beschleunige Mario nein muss das ziehen muss das ziehen oh Gott oh Gott der trifft das Gaspedal nicht oder so Börder qualmt einfach nur aus ihrem Loch da würde ich mir Gedanken machen Nobara wir brauchen noch ne Revolution das hat mir echt in einer Runde wirklich dreimal Bowser das hatte ich glaube ich auch noch nie man muss echt Mario Party mit Luna, Nobara und Yuki spielen das mal dreimal in einer Runde Bowser kriegt wo er aufs Mirakel fällt anscheinend hat er in Juli geburtstag aber ich hab das jetzt nicht so schnell gesehen können aber ich hab das jetzt nicht so schnell gesehen können ich hab einfach nur Werbung bekommen obwohl die Werbung nicht haben du kriegst aber auch jeder Scheißseite einfach nur Werbung hingegen geschnallt ja mega nervig hey ich hab nicht genügend aber hey ich geh mal an dir vorbei wir haben überlegen zu versuchen mit Smashy zu wechseln damit er nicht den Stern kaufen kann eigentlich hä? ja da hm ja wenn du jetzt auch das Spiel gewinnt also Luna Luna war ja einmal ich war ja einmal eigentlich bis jetzt Smashy rankommen mit umhertauschen eigentlich ja oh das war ja was ist das Rutschen? äh das Rutscher oder? ja 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 also dass der Keks unter Varios Arsch nicht zusammengebrochen ist der hat so ein bisschen geknistert das ist alles Wattel da in meiner Hose das war kein Hintern oh die haben ja irgendwie den Hintern kleiner gemacht hab ich irgendwie gehört in Mario Kart damit er nicht so krass prächtig ist dem Himmel so nah uuuuuh ui toll ui begeisterung auch so ein blobes Kackspiel ey ich mag das Mario Kartik 5 ne? ich glaube ja das darf so konzentriert sein oh wow ja Juki hast du dir auch gedacht das geht doch nochmal nach einer Sinn? ja nein wollte eigentlich gar nicht hin ja geht's hier zum Fresstempel? ja ja nein oh Luna ist schon so weit oben warte mal oh was in Kack ey ja Luna hat voll gecheatet ja überhaupt nicht Alter ja Nobera und ich einfach mal genau viel genau viel ja genau ich kann doch schon nicht mehr reden genau gleich viel ja wir haben uns gedacht wir bleiben hier sitzen ja und quatsch mal so ein bisschen philosophieren hier so über die Welt na ja undrym und Sad und 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 mit und und und